Wir sind jetzt in Ampare angekommen und es fliegen überall Vögel rum, es sind Millionen. Das sagen nur Hitchcock, die Vögel. Das geht nicht ab, Mann. Warte mal. Ich hoffe, ihr könnt das nachher sehen. Aber es sind glaube ich echt Millionen Vögel. Allein der Himmel, ey. Sollen wir noch mal kurz da hinten. Ja, wir haben ja gerade einen ziemlich geilen Sonntagang. Das mit den Vögeln ist einfach eine total krasse Atmosphäre. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist doch noch ein schöner Abschluss für das Video. Ne. So, wir suchen jetzt ein schönes Hotel und ein Bier. Haut rein! Und das ist doch mal. Bis dann. Bis dann.